Und alle willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir Baro! Baroooooooooooooo! So, 3, 2, 1, go! Okay, oh shit! Göpple! Erklär mal den Clown! Okay und zwar haben wir uns gedacht, wir machen die ersten 5 Minuten Suchen wir weiter nach Dias Wo bist du? Äh, wie geht's schon los? Scheiße, er glaub... Digga, ich seh nix mit diesem... Achso, jetzt bin ich da Okay, die ersten 5 Minuten suchen wir weiter nach Dias Die ersten 5 Minuten suchen wir nach Dias Und dann gehen wir dann hoch Und Farbenholz, Essen, Bogen, also keine Pfeile Und ja, also erstmal fahren wir Dias Wo bist du? Wir müssen uns unbedingt finden Und so schnell wie wir Dias waren Ich fahre schon mal weiter Keine Ahnung, ich geh einfach mal wieder am Anfang Wo sind? Ich bin hier eh, ich seh dich Komm zu mir Hier fahren wir einfach rein, okay? Bist du das, oder? Ja, ich bin's Nein, das ist ein Zombie Achso, er kommt zu mir Mein Spielzeug ist mal kaputt Scheiße! Mein Spielzeug ist mal kaputt Digga, hier ist ein Chess-Skelett Okay, schon verboten Äh... Oh man Leute, das stört einfach für mich Warte Wir brauchen, wir brauchen das, äh, Ding Warte, das war eigentlich gar nicht so scheiße, man Ja, stimmt Und wir kommen, konsumieren wir Wir fahren weiter Jetzt Eisen nicht, nur dass man sich Zuständlich halten Naja, gebraucht will ich halt Also Eisen haben wir genug Für Armwurst und so weiter So Ähm Ist Ero Lapis los Hier übe uns das Wasser Ja, kommst du mir, aber ist viel besser Warte kurz, ich geh kurz mal hochschauen Ah, ich hab schon ein Stack Lapis Fähig, komm mir nicht durch, alles klar, Digga Kommst du zu mir? Hä? Weißt du zufällig, wo wir waren? Digga, bist du dumm? Guck mal, mein Name ist mein Name nicht? Bis jetzt noch nicht In drei Minuten geh wir hoch Ja Wie kommst du zu? Lapis Wäre noch geil, wenn wir noch Dias finden würden Ja Weil ein Blufspanzer können wir uns schon machen Das ist schon mal gut Natürlich werden wir auch später dann wieder hochkommen Und dann wieder runterkommen Wir haben nochmal Dias fahren Weil wir brauchen unbedingt Dias Dias meine ich So, hier Wir fahren da einfach rein, okay? Alles klar Und wir haben Besuch bekommen, Alter Alles klar, schön Ähm Okay, bis jetzt noch keine Dias Ah, Mann ey Egal auf welches Fall Wir gehen dann eindeutig hoch Ja Hier ist Lava Ja, warte, Lava ist immer gut Aber hier war ich schon mal locker Nein Doch Guck doch, wir waren hier schon Oh mein Gott Äh, hast du Essen? Nein Also hast du kein Essen hast Nein Nicht mehr Oh mein Gott Ich hab ein Steak Wieso hab ich Egal, wieso hab ich überhaupt so viel Oh mein Gott Und jetzt Egal komm Ich stelle mal an Essen Bitte, 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 bitte Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Die hast, die hast, die hast, die hast, die hast Die hast, die hast, die hast, die hast Ja, ich hab hier ne Höhle Denkt uns aber nichts Hast du Verzauberungstable mitgenommen? Ja Das ist gut, Alter Das ist gut, okay Ähm Ja, ich Was soll ich jetzt machen, Alter Wie viele kalendiert sind Nichts Ich hab so viel Pech, Alter Höh Pass auf Lol Hä? Hä? Ich kann's auch noch Warte kurz mal Muss ein Spinn Das sind nicht unsere Sachen Doch, doch, ist unsere Sachen Nein Geht's weiter Hä? Das sind nicht unsere Sachen Warte Ähm Das Sind Doch, 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 doch Nein Sie müssen Nein Ich könnte dir schwören Das sind nicht unsere Sachen Habe ich schwören nicht Äh 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 Hier ist nochmal ein Crafting Table Halt's auf Von hinten Scheiße Ich hab mir jetzt ne Scheiß Ich hab mir jetzt ne Scheiß Pfex explodiert Das sind nicht unsere Sachen, Digga Okay Das sind nicht unsere Sachen, Digga Warte mal Enderman Scheiße, komm zu mir Wir brauchen den Wo bist du? Das sind nicht unsere Sachen, Digga Komm zu mir Warte Hinten ist nochmal ne ähm Krafttürme Warte Das waren wir safe Wunderbar Ja komm hoch, komm schnell hoch Dann komm mit dem direkt hin Na komm hier, komm Ja egal Hinten die Spinde Versuch Okay komm Äh, ja wo du Äh, ja komm jetzt Dann geht sie da runter Ja komm lass halt hier einfach hochbauen Ja, okay mach Hä Welche Höhe sind wir, Alter ich hab so übliches Mann Ich glaube sie könnten eigentlich scam Ja vielleicht sind die aber gar nicht hier vielleicht sind die schon weg Und vielleicht waren wir das Nee, nie im Leben wie Marken Wir waren dann nie im Leben, Alter Ja und wir haben nur ein Ja, ich hab ja immer alles wieder abgebaut Ja stimmt Ich baue schon mal Das waren wir echt nicht, okay Hey what the fuck, Alter Ich hab uns jemand verarschen müssen Okay, lass aber schnell mich hoch Ich hab 50 Steine Nice 1000 Steine Alter hab ich viel Och nein Zurück, zurück Bau, wau, 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 wau zu Hä wieso war da Wasser Hä Wieso ist da Wasser Lass mich kurz mal Warte Hier geht's hoch Ganz ja aber nein alter video alter oh mein gott versterben muss rennen und hoch ich werde sterben ich werde sterben digga wo sind wir lol ist es nacht äh nein ouch ouch was kann ich hier weg äh bogen habe ich nicht da aber wir können uns locker machen hier ist ein pferd das alte ab noch nicht doch 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 oder nein doch nicht hä wo bist du hier warte also essen fahren komm kommst du mir hä hat sich mal hoch gebaut guck mal ich hab auch keine ahnung wo wir sind okay ist glaube ich die mit oder nee bist du dumm komm hier geht's weiter runter ja warte mal digga wo bist du was du ey wir müssen essen da hier schweine ja gönn dir wieder ich geh ich geh ich verreck gleich am essen hä muss mein schmerz digga ahne wow hatten alles klar leute was ist alles klar schau mal nach oben ja ich sag doch wer war das keine ahnung alter hier ist die mitte ich muss etwas braten ich stirb ich auch ja ich kann schon nicht mehr rein warten ich hab das zu öffnen doch unbedingt mehr essen alter und bücher müssen ja auch wochen dafür zauber die bücher dann kriege vielleicht gerne sagt was hier ist egal ich glaube mit null kam auch durch das land ich dachte schon ist ein scharf da auch alles scharf ich versuche es gab hier einen kampf ja ich glaube nicht alter doch das war die folge von dem art entgegert alles klärchen schau mal das war erst er kann auch weiter fahrbar zu ich esse schon mal ich esse schon er hat es klar ist ein bisschen scheiße die mehrheit die gar nicht nur noch da ist okay er ja auch so jetzt machen er kommt weiter erst vor oder du suchst noch essen ich suche nach ein kompletter wir schon zusammen geht's was verlieren wir uns du lauf einfach geradeaus nach da und lauf dann auch wieder geradeaus nach hinten ich glaube nein 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 das ist keine gute idee glaube ich ich mach das immer ja dann verlieren wir uns koordinaten hier ist schon mal eine geile Höhle ja einfach nicht springen ok springen nicht ist nicht gut hier schon mal nehm so Holz brauchen wir noch Holz hier hat es richtig geile Sachen aber da waren sehr wahrscheinlich schon Leute was wird oh shit ist das Geld ok auf noch mal kurz gestoppt ja wir brauchen oh hä das war doch nein was nicht doch das war die Schrift von von dem zweiten ja stimmt weg nein alter oder dann waren die hier in der Nähe von uns komm wieder zurück wo bist du ich geh wieder zurück komm damn scheiße alter komm mit komm mit komm mit folg du mir ok wir gehen dich in die Mitte ok warte kurz wir aber erst holen wir dich äh wieder Dings gehen wir jetzt runter in die Hölle oder erst nicht wir brauchen erstmal es also viel mehr essen wenn wir noch Holz Holz brauchen wir auch noch Prozent was offen hier hier alles ich gehe weiter Holzfarm hier mit der Hand einfach wir wollen jetzt nicht so ultra viel Holz aber ja so soll ich mich schon der Diabos-Mazza machen oder nicht keine Ahnung was wäre wir haben einen ja keine Ahnung musst du entscheiden eigentlich wie ich mir eins machen weißt du wieso weil ich bin da bist du dumm doch egal egal chill ja ich meine egal für wen soll ich mir eins machen ja schon klar aber ich meine das wäre eigentlich ein bisschen schlau für mich weil du weißt ganz genau wie scheiße ich sterben könnte ja du bist viel zu tot ja 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 komm ja komm das hier wird also nicht nicht die Woche einfach nächste Folge egal komm Kiesmann ich fahr noch weiter Holz ich fahr jetzt sie ist ich fahr jetzt ich fahr jetzt zuerst einen Bogen okay soll ich schon mal einen Bogen machen Hä Bogen Ähh ja ich hab so viel her fuck so eins für mich und eins für dich damn alter komm mal raus man hier und ich mache uns noch ein bisschen teile 2 wie geht es ach so und ich habe jetzt 16 pfeile wir müssen dann erst mal zu hier die hälfte hier so acht ich kann mir richtig viele pfeile machen dass wir das ganze das ganze ist das ganze essen weg genommen schon bewusst oder ja schon klar und so dass jeder wissen das ganze gefährlich weil er ein team ist glaube ich in die hölle gegangen und die kommt jetzt mal draußen ja noch zwei minuten drauf zu beteiligen zwei minuten 30 Sekunden hätte die frage ist halt erwarten mal 3 ich bin anders schon machen ja oder das ist mir ein paar sticks machen alles klar kannst du mir ein paar sticks machen hier ich habe schon mal an muss oder wir machen drei eisenblöcke oder gehen wir kurz drei eisenblöcke oder ja das geht glaube ich ja okay ich habe auch muss ich mal muss jetzt achten wir machen ich mache jetzt zucker ok er gibt mir kurz mal ich mache ich mache papier ok aus der eigenen weg muss mal was gib mir kurz mal dings da wer es ist diese ich habe drei bücher ich kann jetzt was willst du ja ich weiß selber nicht was ich habe irgendwie scheiße ja ich bin auch gerade jetzt erst aufgestanden ok ich verzaube jetzt die bücher ok ja ich probiere hier mal rückstoß stärke 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 für bogen stärke effizienz stärke stachel stärke aber nicht nur stärke für schutz das geiles über der schicht er hat jetzt aber auch mal ein buch richtig hoch er hat es gerade noch einmal gesagt nein zu wenigen ein paar Wochen überraschende Bücherregale ein stimmte Bücherregal stimmt auch von dessen ok er ist richtig wegwerfen er dann lassen als später immer mal bücher machen aber was kann ich hier wegwerfen um knochen brauchen überhaupt mal probiere hier noch ein paar das sehr gute Idee suchte schon mal nachdenken wieder gleich stimmt hey drei Sekunden noch der m ich nehme was kann ich hier wegwerfen alter ach so buchstabend ich bin so dumm ok komm lass runter lass runter also als mitgenommen 30 Sekunden komm hier runter ja soll ich echt da runter komm hier runter und dann einfach warte ich hab ja scherz 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 bau schon mal zu mit irgendetwas was man nicht bemerken könnte Alter scheiße oh mein Gott das war ein bisschen dumm ach du scheiße ach egal Leute das war's mit der Folge ich hoffe sie hat euch gefallen ja da will ich sagen bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal